Willkommen hier. Ich kann gerade nicht viel machen. Schöner, sie haben echt viele. Sehen wir zurück. Wir werden garantiert hier auf den... Ich schätze mal, sie werden so in dem Bereich hier in der Mitte auf. Was? Wo? Kacke! Die Zölle ist hier durchgekommen. Ach so, ich hab sie weggezogen. Wir haben alle gespeichert unsere Gebäude. Mein Dichter ist bereit. Die Gebäude ist fertig. Ich bin der Zölle. Ich bin der Zölle. Ich bin der Zölle. Let's go, Jeezerhub. Let's go, Jeezerhub. Geh mal zurück. Ah, das dachte ich mir. Okay, es ist mir auch mit auf die Höchsten, denn die Niederren werden von dem gegrillt. Was kann ich für dich tun, Jeezerhub? Sie versuchen, durchbrechen. Guten Morgen, Jeezerhub. Wow, das war ja absolut eine Lachnummer. Hier bin ich schon mal nicht so weit raus. Kein Stein? Hallo, guten Morgen, Jeezerhub. Meine Maschine ist bereit. Die Welt sieht so klein aus hier. Ich muss dir etwas tun. Was kann ich für dich tun, Jeezerhub? Oh, hallo. Hallo einen da hin. Also kann ich hier eigentlich weitermachen. Vielleicht brauchen wir noch einen zweiten, dann. Oh, ich würde hier gerne runtergehen. Die Kleinen werden einfach so mit weggeschossen. So, jetzt machen wir mal wieder ein paar Steinhäuser. Okay, da kann noch ein bisschen was hin. Wir brauchen echt Geld. Guten Morgen, Herr. Meine Maschine ist bereit. Ja. Der leute Titan ist hier. Du bist in deinem Service. Wahrscheinlich. Unsere Soldaten sind in Ordnung. Hallo, guten Morgen, Sir. Das ist nicht so bereit. Ja, das wird mir zu viel. Oh, geht so. Let's go. Die Welt sieht so klein aus hier. Entschuldigung? Meine Räufel ist bereit. Ja, ich glaube, ich nehme die Eisenreserven. Die kann ich später gebrauchen. Wo liegen die denn? Irgendwo hier, aber ich sehe sie nicht. Meine Maschine ist bereit. Ich muss uns explodieren, Karl. In Wahrheit. Oh, die sind auch schon schön am Töten. Wir haben auf jeden Fall schon den letzten Bürgermeister. Ungefähr der Älteste der Zeit. Verrücken. Entschuldigung? Dein Service. Ich gehe jetzt mal vorne hin. Der wunderschöne Titan ist hier. Oh, okay, der passt da auf. Oh, hier kann ich auf jeden Fall ein paar große Dinger reinbauen. Ihr wisst schon, was ich meine. Große Dinger. Dicke Dinger. Wer kennt sie nicht? Braue ich jetzt auch nicht unbedingt mehr. Oh, okay. Oh, okay. Ah, das noch und dann haben wir es. Du kannst die eigenen Lager reinbauen. Oh, okay. Ich bin schon wieder zu konzentriert, kann das sein. Ich baue es mal hier oben hin und davor hier ein bisschen Steinwall. Das hier muss ich echt mal was hinstellen, glaube ich. Es ist gleich soweit. Okay, geht trotzdem mal hin. Die Harpien zeigen es dem echt. Guten Morgen, Sir. Es ist ein schönes Tag, um sterben. Meine Maschine ist bereit. Die Umgebung sind unter Attacken. Sag mir, deine dunkle Flutze. Ich brauche etwas zu töten. 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 Meine Maschine ist bereit. Ich brauche das zu töten. Die Todes, liebe Todes. Die Kolonie ist unter Attacken. Ich brauche etwas zu töten. 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 Wenn die auch einmal in Beträgen ist, dann war es das. Oh, ich kann doch mal ein Stück raus. Ich nehme das trotzdem als letzte Passion hier. Ja. Okay, mehr Häuser hier oben bitte. Na ja, essen. Kann ich eigentlich hier oben... Okay, da brauche ich dann nochmal ein großes... hin auf jeden Fall. Vier Steine an Eisen... Und 80 Gold. Da subventioniert sich das wieder. Selbstständig. Gehen wir auf den nächsten. Die Welt sieht so klein aus hier aus. Was getting eaten up? Hallo! Die Welt ist so klein. Die Welt ist so klein. Die Welt ist so klein. Das funktioniert. Das hier funktioniert auch. Die können sich eigentlich zurückziehen. Da fange ich nämlich an, hier zuzumachen. Ach, da sind Energiezellen, okay. Die Welt ist so klein. Die Welt ist so klein. Das ist nicht gut. Okay. Unsere Forsten sind in gefährlich. Lass mich jetzt die Tiere an. Ich sollte vielleicht wirklich mal was tun. Also vielleicht zum Beispiel ein bisschen mehr Verteidigung bauen, wäre nicht schlecht. Unsere Soldaten sind in trouble. Ist es bereits T-Titel bereit? Oh, das ist gut. Das ist echt gut hier. Und das hier gefällt mir auch sehr gut. Aber so weit reicht es leider nicht. Ja, essen. Einzelner Baum, schön. Osten. Das ist schon die erste heftigere Welle. Geh mal mit hier rüber. Helfer mit. Kacke, ist das beschissen. Guten Morgen, Sir. Hallo. Ich könnte auch die Sache auch mitkommen. Und darf ich da nicht? Okay. Was kann ich für dich, Sir? Hier geht's. Das ist zu leicht. Nein. Könnt ihr mal aufhören zu sterben? Ihr seid echt teuer. Das war echt klapp. Das hätte nämlich echt was infiziert sein können jetzt. Okay, die kommen hier lang. Ach, hier kommen sie auch. Ich habe mich gerade schon gewundert, wie sie ihr Schockturm angeht. Hier sollte ich auch mal so eh hinstellen. Höchstes. Höchstes. Nächstes. Nächstes. Oh, die fallen auch wie die Fliegen hier. Schieß mal da rein. Macht mir Freude. Boah, hier sind die krass drauf. Wo ist wo? Wir haben nicht wirklich die Chance. Wer, wer, wer spuckt denn hier? Ich muss dir etwas töten. Nein. Du blätst, meiner sterbt ständig. Das kostet mich unglaublich viel Geriebenes. Das finde ich voll blöd von euch. Das mache ich nur mich zu ärgern. Ich brauche etwas zu tun. Sag mir, du dunkle Seele. Habe ich jetzt hier eigentlich was vor? Ne, habe ich immer noch nicht. Ich sage immer, ich muss da was tun. Tut aber nichts. Ich könnte Politiker werden. Wir müssen etwas tun. Wir müssen ja womit ich was tun. Ende. Ist doch immer so. Irgendwas passiert. Ja, die Zusammenarbeit muss besser werden. Ende. Das ist immer so sinnlos. Da muss ich schauen. Geh mal da hin. Tesla-Spule, okay. Das hier ist gesichert. Hier werde ich gleich weiterrücken. Entschuldigung, was kann ich für dich tun, Herr? Ist es schon Teatzeit? Die Welt sieht so klein aus hier. Die Leute sind in gefährlich. Ich kann es nicht mehr verbringen. Guten Morgen, Herr. Entschuldigung. Die Welt sieht so klein aus hier. Ich bin mir 거 wert. Nein. Ich bin Usedt置ier. Ich bin jemanden von mir beschl 무엇. Ich bin Alvar�. Unsere Soldaten sind in Träume. Hallo. Lass mich sie destruieren. Units unter Attack. Zu leicht. Und den werde ich jetzt auch erstmal erforschen. Ich muss da um das aufpassen, weil während der, während der gebaut wird, kann ich halt nix anderes machen. Warum sind die so, so teuer? Kann ich eigentlich auch noch ein paar Häuser bauen in der Zeit. Ich habe auch noch nur 20 Tage Zeit. Wenn das Ding gleich steht und der Wald davor ist, kann er wieder weg. Der kann auf jeden Fall weg. Hallo. Hallo Fresh. Schaut euch auch, seht ihr auch manchmal diese Werbung von Hello Fresh und denkt euch, wow, die bringen euch bei, wie ihr mit Zutaten kochen könnt. Warum ist da noch niemand drauf gekommen? Im Grunde kauft ihr eigentlich nur die Zutaten, ihr bekommt die Zutaten von denen und das Rezept. Also eigentlich kann man sich diese Zutaten selber kaufen und das Rezept, wenn ich Lust auf irgendein Rezept habe, suche ich es mir im Internet raus. Und es scheint ja irgendwie zu laufen, dass mich am meisten wundert, dass sie nicht selber darauf kommen, hey, ich kann das Zeug auch alles selber im Internet bestellen. Alter, da, 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 da. Oh, die geben sie am echt richtig. Ich weise erstmal auf, weil ich brauche es gerade nicht. Das kann von mir erst mal stehen bleiben. Wir haben unglaublich viel Stein. Ich sollte ihm vielleicht mal mehr nutzen. Was uns langsam ausgeht, ist tatsächlich Holz. Auch da kann ich eine gute Lösung. Sehr gut. Und Eisen haben wir gerade auch nicht so viel, aber wir haben ja auch gerade einen Weltwanderenauftrag. Schauen wir erstmal, dass wir das Gebiet hier unten kriegen. Wir haben noch ein paar Tage. Wir sind auf jeden Fall in der Ecke. Hier ist eigentlich noch so viel Zeug, was ich gerade nicht richtig nutze. Oh, 60 Stein plus. Das ist abartig hoch, wenn ich ehrlich bin. Ich warte erstmal. Ich würde gerne erstmal mein Geld erhöhen, beziehungsweise kommt dann erstmal mein... Meine Nahrungsmittel dran wieder. Ich kümmere glaube ich einfach noch ein paarтаки. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020